Stadtverbindung, böse Leute Jetzt brauch ich auch überall Stadien, das geht sonst gar nicht hier Tu das Wer ist zum Marikuri? Keine Ahnung Die kann ich aber gebrauchen Hat meine Forschung ein bisschen beschleunigt Schön schön Oh ich kann den upgraden hier, cool Wer bist du jetzt schon wieder? Au, die hebe ich auf Du machst ein goldenes Zeitalter, du kannst bleiben Hm, das Internet oder Globalisierung? Brauch ich eigentlich gar nichts davon Doch ich erforsche jetzt das Internet im Jahr 2022 Mach das mal Was haben wir nur so lange ohne Internet gemacht? Krieg geführt Ja genau Aber die geht auch mit dem Internet weiter Segnet dich schon auf Ja Washington hat im Schweden den Krieg erklärt Das gibt's ja nicht Und Nebukadnezar auch noch Ey das könnt ihr doch vergessen, der gehört mir Nicht mehr Nicht mehr würde ich sagen Bannerei Ha 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 So So, ähm, so, tja, dann kommt mal das hier hin, eine neue Politik. Du musst immer noch warten hier, ne, 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 ungeduldige Leute hier, so. Tja, ich glaube, als nächster ist Washington dran. Ist ja furchtbar hier. Dann abatier ihn mal. Hm, vielleicht mache ich das sogar, wenn ich mit den Schweden fertig bin. Eine anstehende Sitzung, was soll denn die Sitzung geben? Das dauert jetzt erstmal bis zum Anschauen. Ja. Was ist das denn schon wieder? Ja, so. Ja. Caspar Fernandez. Hab ich gleich mal geopfert. Okay, ich kann Städte wirklich nur vernichten, direkt nachdem ich sie eingenommen habe. Wenn ich sie erstmal marionettet habe, geht das nicht mehr. Okay. Genau. Oh, Linköping wird auch angegriffen. Linköping ist schon weg. Ähm, die Amerikaner schicken gerade eine Geheimarmee zur schwedischen Stadt Linköping. Ja, Linköping habe ich gerade eingenommen und ich vernichte sie gerade. Hm. Dann passt auf, dass er hier nicht gleich ins Gehege kommt. Ja, das wird ja hoffentlich sehen. Und wenn, dann kriegt er halt Krieg. Passt schon. Ich habe jetzt mittlerweile genug Armee. Meine halben Städte produzieren Geld, damit ich die Armee überhaupt aufrechterhalten kann hier. Was baue ich denn mal in Berlin? So langsam gehen mir die Sachen zum Bauen aus. Ach, boah, ich habe einen Schrein. Was soll's. Schon wieder eine große Persönlichkeit. Achso, den habe ich gerade schon geopfert. Was, Xioquiti von Mütter vollendet, was ist das denn? Das musst du wissen. Muss ich das? Ja, solltest du zumindest. Dein Land. Äh, dein... Ja, das, was du erschaffen hast. Hm. Wer ist das denn? Achso, du musst immer noch warten. Ein Basukamann. Ach, ich rede nicht mit dir. Ich meine den Typen hier. Die sind manchmal so ungeduldig. Wo ist denn meine Infanterie? Achso, die ist noch im Mund. Naja. So, noch drei Schweden hier oben und zwei hier unten. Dann ist er fertig. Dann ist er fertig mit dem Spiel. hoffentlich kommt mir bald mal Bauarbeiter an, die das ganz so ran machen hier. Da findet man gar nicht, könnt ihr mal ein paar Einheiten upgraden. Ja, mach du mal. Ja, mach du mal. Du musst übrigens auch drücken, ne? Oh. Entschuldigung, ich dachte, ich hätte schon. Ähm. Ähm. Ups. Das Internet verdoppelt die Tourismusproduktion. Aber ich weiß immer noch nicht, was man damit macht. Ich kann es dir auch nicht sagen. Ich wollte ja, glaube ich, mal googeln. Aber ich habe es mal noch nicht getan. Ich kann es dir auch nicht machen. Washingen hat geheimen Pläne gegen Dairos. Dairos. Schön. Ja, schön. Der hat irgendwie Geheimpläne gegen alles und jeden. Frankfurt. So. So. Tja. So. Ja. Der Bazooka-Mann. Was mache ich denn mit dir? Lass schon mal weitermarschieren. Berlin. Berlin kann schon wieder was bauen. Ich werde verrückt. Berlin kann schon wieder was bauen. In Berlin mache ich jetzt Forschung. Ja. Ja. So. Ja. 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 Okay, machen wir es so. Linköping. Was? Warum kann ich in Linköping was bauen? Die wird ja gerade abgebrannt. Genau wie in Lund wird auch abgebrannt. Oh, du hast Eierm... Nein! Ich sag's, wenn Stadt startet. Wo ist der Geier? Der ist in Deutschland, Frankreich und so weiter. Und er hat eine Stadt hier in Nordamerika. So geht das. Das war nicht meine Absicht. Egal, mit dem werde ich auch noch fertig. Der hat nur 1, 2, 3, 4 Städte. Ja, zu den anderen komme ich gar nicht hin. Ne, der passiert halt, ne? Ja. Erklärt man halt aus Versehen mal so den Krieg. Passiert mal einfach so. Einfach mal so hat man auch nicht erklärt. Das war wirklich keine Absicht. Ehrlich? Natürlich. Natürlich, natürlich. Oh, Vatikan statt schließlich eine Straße. Oh, was ist mein Schlachtschiff? Wieso kann ich das auswählen? Kannst gleich in den Bereitschaft gehen. So, in Hamburg ist wieder was fertig. Hamburg, Hamburg, Hamburg. Hamburg hat noch keinen... noch keinen Luftschutzbunker gegen schulschonische Atombunker. Gar keinen. Ich hab aber auch keinen Aura. Was hast du denn da... Du unterstellst mir Dinge von... Die hatte ich gar nicht. Ja, man weiß ja nie. Die hatte ich gar nicht. So, wo bin ich hier? So, wo bin ich hier? Okay, SPU ist auch gleich weg. Was machst du hier? Du schießt hier drauf, bitte. Nee, du schießt da drauf. Du zerstörst Helsinki, bitte mal. Du... Ja, jetzt muss ich natürlich... ...diese Batman-Statte auch noch einnehmen. Es ist so leid, dass es mir tut. Eigentlich tut es mir nicht leid. Aber ich mach's... Ja, egal. So, in fünf Runden hab ich das Internet, aber da ja sonst keiner die Technologie hat, ist das Internet ja eigentlich kein Internet, sondern nur ein Netzwerk innerhalb von Deutschland. Na ja, immerhin hast du dann was. Das Fast-Internet, ne? Das Fast-Internet, so ist das. So, es braucht wieder. Es braucht wieder. Furchtbar. So und der Amerikaner möchte gegen die Japaner angehen. Jawohl. Kann man gerne machen. Oh, der hat ja richtig viele Leute bei Batman stehen.